Und erneut kursieren unzählige Mythen und Missverständnissen bezüglich dem Ramadan im Internet. Ich möchte euch heute anhand von acht Fakten den Ramadan näher bringen. Der erste Fakt, der Islam folgt einem Mondkalender, in dem der Ramadan einer der Monate ist. Ramadan war der Monat, in dem der Koran, also das heilige Buch der Muslime, Muhammad, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, dem letzten Propheten von Allah offenbart wurde. Ein arabisches Wort für Gott. Während dieses Monatses fasten wir Muslime von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang, verzichten auf Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr, sowie auf Dinge, die wir das ganze Jahr über vermeiden sollten, wie Betrug, Lügen, leichtfertige Unterhaltungen und so weiter. Vom Fasten befreit sind jene, die krank sind, die die Pubertät noch nicht erreicht haben, menstruierend, sich im Wochenbett oder im hohen Alter befinden. Dazu gehören auch die Reisenden. Wir essen eine Mahlzeit bei Sonnenuntergang namens Iftar und jeweils eine Mahlzeit vor Morgendämmerung namens Suhur. Zwischen diesen Zeiten ist es uns frei oder steht es uns frei, so viel zu essen oder zu trinken, wie wir es möchten. Das Fasten stellt eine von fünf Säulen des Islams dar. Zu den weiteren vier gehören das Glaubensbekenntnis, dass es nur einen Gott gibt und dass Muhammad, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm sein letzter Gesandter ist, das fünfmal tägliche Beten, die Pilgerreise nach Mekka und das Verrichten der Pflichtsteuer, Zekka. Während des Fastenmonates versuchen wir Muslime, so oft wie nur möglich aus dem Koran zu lesen. Zudem würden wir im Normalfall an den nächtlichen Gottesdiensten teilnehmen namens Tarawih, was jedoch angesichts der Corona-Krise nicht möglich ist. In diesen nächtlichen Gottesdiensten wird oft aus dem Koran rezitiert von Imamen. Das sind in etwa wie geistliche Führer. Das Ende des Monats ist durch den Feiertag Eid al-Fitr gekennzeichnet, an dem wir die Armensteuer verrichten, also die Zakat al-Fitr, und danach am Eid-Gebet teilnehmen, um den Rest des Tages zu zelebrieren. Das war's auch schon mit dem Ramadan Crash Course. Und ja, nicht einmal Wasser. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir sind ebenfalls auf Facebook, Instagram und Twitter. Bis bald. Assalamu alaikum.